Musik Ich heiße Kim, arbeite als Kinderkrankenschwester hinter mir auf der Station 5E. Und bei uns sind die Kleinsten das Größte. Warum das so ist, das zeige ich euch jetzt. Kommt mal mit! Musik Teamwork wird bei uns groß geschrieben. Wir sind rund um die Uhr für die kleinsten Patienten da. Natürlich auch und vor allem für die Angehörigen, um den Start so schön wie möglich zu machen, wenn es nicht so läuft wie gewünscht. Musik Zu unseren täglichen Aufgaben gehört neben der Grundversorgung vor allem die Krankenbeobachtung und das Monitoring, also das Überwachen der Vitalzeichen. Denn sollte da etwas nicht stimmen, die Kleinen können sich nicht äußern. Und manchmal muss es tatsächlich sehr schnell gehen. Neben der Grundversorgung der Frühgeborenen und kranken Neugeborenen gehört bei uns auch eine spezielle Therapie dazu. Denn viele Neugeborene kommen sehr krank auf die Welt, haben spezielle Erkrankungen, Stoffwechseldefekte, Syndrome oder Fehlbildungen. Vor allem dies ist bei uns an der Tagesordnung. Musik Für uns sind die Kleinsten das Größte. Und wenn die Eltern und die Kleinen entlassen werden und bestmöglich betreut sind, dann sind auch wir glücklich. Wir wachsen immer, immer weiter und werden immer größer. Und wenn auch ihr Lust habt, mit uns zu wachsen, dann freuen wir uns riesig auf eure Bewerbung. Musik Selbstverständlich gibt es uns auch ohne Maske. Musik 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 Musik